Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Boricua. Der Cocktail Boricua ist ein auf hellem Rum basierender Cocktail, welcher von der Zusammensetzung an einen Daikiri erinnert. Durch die weiteren Zutaten wird er jedoch in seiner Textur komplett geändert, behält jedoch sein Gleichgewicht zwischen Süße und Säure. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 5cl weißer Rum 1cl hochprozentiger Rum 2cl Grand Manier 2cl Limettensaft 2 Barlöffel ganze Körner Piment 2 Barlöffel weißer Rohrzucker Garnitur geriebene Tonkerbohne Eis Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Mörser, Barlöffel, Barsieb, Cocktailschale Zubereitung Piment und Zucker in den Mörser geben und zur Reiben, beide Sorten Rum zu geben und verrühren. Die Rumgewürzmischung in den Shaker geben. Restliche Zutaten zu geben. Alles kräftig auf Eis shaken. Durch ein feines Barsieb in die Cocktailschale streinen. Tonkerbohne über den fertigen Drink reiben. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!